Heute werden wir das brandneue Tempest 3 D3 Jacke und Hosen Set von Dainese testen. Ich werde unter anderem über das Material, das Schutzniveau und den Komfort der Jacke und der Hose sprechen. Bleibt also dran, um herauszufinden, welche Spezifikationen und Funktionen dieses Set von Dainese zu bieten hat. Hallo zusammen, mein Name ist Timon von Champion Helmets und willkommen auf unserem Kanal. Bevor wir mit dem Video beginnen, lade ich euch ein, unseren YouTube-Kanal zu abonnieren. So bleibt ihr immer auf dem Laufenden, wenn es um die neuesten Bewertungen, Tests und Guides geht. Vergesst auch nicht, das Video zu liken und einen Kommentar zu hinterlassen, wenn ihr Fragen oder Feedback habt. Zunächst werfen wir einen Blick auf die Jacke, doch bevor wir beginnen, gehen wir erst einmal einige allgemeine Punkte durch. Die Tempest 3 D3 Motorradjacke ist eine Tourenjacke, die zu jeder Jahreszeit Sicherheit und Komfort garantiert. Die D-Dry-Kollektion von Dainese ist speziell mit einer wasserdichten Membran ausgestattet. Hierfür wurden High-End-Materialien verwendet, auf die wir später noch näher eingehen werden. Die Jacke ist in den Größen 44 bis 64 erhältlich und wird in drei verschiedenen Farben angeboten. Eisgrau-Rot, Schwarz-Rot und Schwarz. Beginnen wir den heutigen Test mit dem Material. Die Tempest 3 D3 Motorradjacke ist mit zwei verschiedenen Materialien ausgestattet, dem D-Stone-Gewebe und der D-Dry-Membran. Die D-Dry-Membran ist ein von Dainese entwickeltes Spezialgewebe. Diese Technologie sorgt dafür, dass die Jacke wind- und wasserdicht ist. Die D-Stone-Technologie besteht aus gedrehtem Nylon. Das macht das Gewebe besonders stark und bietet eine hohe Abrieb- und Reißfestigkeit bei hohem Tragekomfort. Die Leistung des Gewebes ist sogar mit der von Leder vergleichbar. Werfen wir einen Blick darauf, wie die Jacke schützt. Die Tempest 3 D3 Motorradjacke von Dainese ist mit Pro Armor Level 2 Typ B Ellbogen und Schulterprotektoren ausgestattet. Die Pro Armor Protektoren sind so konzipiert, dass sie maximalen Schutz bieten, ohne die Beweglichkeit und Flexibilität einzuschränken. Die Jacke ist außerdem für zwei Pro Armor Brustprotektoren und für einen G1 oder G2 Rückenprotektor vorbereitet. Diese Protektoren sorgen dafür, dass ihr euch bei jeder Wetterlage frei und sicher fühlen könnt. Kommen wir zum Komfort der Tempest 3 D3 Jacke von Dainese. Diese Jacke bietet maximalen Komfort für alle vier Jahreszeiten und ist speziell entwickelt, um euch warm und bequem auch bei niedrigen Temperaturen zu halten. Darüber hinaus kommt die Jacke mit einem herausnehmbaren Thermofutter. Außerdem verfügt sie über mehrere Belüftungsoptionen. Es gibt zwei Einlass-Belüftungsreißverschlüsse auf der Vorderseite der Jacke und zwei Auslass-Belüftungsreißverschlüsse auf der Rückseite der Jacke. Wenn ihr das Innenfutter entfernt und die Belüftungsreißverschlüsse öffnet, sorgt die perforierte Oberfläche der Jacke für einen feinen Luftstrom, der euch an wärmeren Tagen abkühlt. Die Tempest 3 lässt sich auch gut anpassen, da sie mehrere Verstellmöglichkeiten bietet. Ihr könnt den Kragen anpassen und die Ärmel verstellen, um diese enger zu machen. Für die Taille gibt es auf jeder Seite einen Riemen und für die Handgelenke den üblichen Klettverschluss. All diese Einstellmöglichkeiten sorgen dafür, dass sich die Jacke perfekt an euren Körper anpasst, sodass ihr die Fahrt in Komfort genießen könnt. Die Jacke hat auch ein System, um sie an der Hose zu befestigen. Auf diese Weise werdet ihr nie einen nackten Rücken während der Fahrt haben. An Stauraum hat die Jacke zwei Außentaschen, eine Cargotasche auf der Rückseite und eine wasserdichte Innentasche, um eure Gegenstände auch an regnerischen Tagen sicher zu verstauen. Nun, da wir den Testteil der Jacke abgeschlossen haben, wenden wir uns der Tempest 3 D-Dry Motorradhose zu. Da es sich um ein Set handelt, haben sie einige vergleichbare Spezifikationen und Eigenschaften. Das bedeutet, dass die Motorradhose aus den gleichen hochwertigen Materialien wie die Jacke gefertigt ist. Die Hose gibt es in den Größen 44 bis 64 und ist in zwei verschiedenen Farben erhältlich, schwarz und schwarz-rot. Die Tempest 3 D-Dry Motorradhose besteht aus den gleichen Materialien wie die Jacke, nämlich aus der D-Stone-Technologie und der D-Dry-Membran. Die Technologie dieser beiden Materialien zusammen ermöglicht Bewegungsfreiheit und Belüftung, weil ein großer Materialteil der Hose perforiert ist. Werfen wir nun einen Blick auf das Schutzniveau der Tempest 3 D-Dry Hose. Die Hose ist mit ProArmor Level 2 Typ B Protektoren an den Knien und der Hüfte ausgestattet. Die ProArmor Protektoren sind so konzipiert, dass sie maximalen Schutz bieten, ohne die Beweglichkeit und Flexibilität zu beeinträchtigen. Das macht die Hose sehr sicher. Kommen wir nun zum Komfort der Tempest 3 D-Dry Motorradhose. Diese Hose ist so konzipiert, dass sie euch auch bei niedrigen Temperaturen warm hält. Die Hose hat ein herausnehmbares Thermofutter. Dainese hat die Motorradhose außerdem mit zwei Belüftungsreißverschlüssen ausgestattet. An heißen Tagen könnt ihr das Thermofutter herausnehmen und den Belüftungsreißverschluss öffnen, um zusätzliche Kühlung zu erhalten. Es ist möglich, die Hose an zwei Bereichen zu verstellen. Die Hose ist mit einem Reißverschluss an den Waden versehen, den ihr ebenso wie die Taille verstellen könnt. Darüber hinaus hat die Hose einen Reißverschluss, um sie an der Jacke zu befestigen, sodass ihr nicht mit nacktem Rücken fahren müsst. Die Tempest 3 D-Dry Motorradjacke und Hose von Dainese sind ein echtes Set für den Touringfahrer, das euch an kalten und regnerischen Tagen warm hält, aber zu jeder Jahreszeit getragen werden kann. Die Jacke hat ein herausnehmbares Thermofutter, sodass sie an kalten Tagen warm hält und an heißen Tagen abkühlt. Die Protektoren sorgen dafür, dass die Jacke und die Hose neben ihrer Funktionalität auch sehr sicher sind. Glaubt ihr, dass das Tempest 3 D-Dry-Set von Dainese etwas für euch ist? Dann schaut doch mal in unserem Webshop www.championhelmets.com vorbei, wo wir eine Niedrigpreisgarantie und schöne Rabattpakete anbieten. Wenn ihr weitere Fragen habt, lasst es uns gerne wissen. Danke fürs Zuschauen, mein Name ist Timon von Champion Helmets und hoffentlich bis zum nächsten Mal.